Ach schau, da kommt Papas Liebling. Hast du dich wieder schön eingeschleimt? Julio zieht den Kopf ein, stampft an seinen älteren Brüdern vorbei, eine Stapel Bücher an sich gepresst. Carlos und Andres lehnen grinsend an ihren Motorrädern und prosten aneinander mit billigem Bier zu. Letzte Nacht sind sie feiernd durch die Clubs der nahen Stadt gezogen und erst im Morgengrauen grüllend nach Hause gekommen. Julio war da schon längst auf den Beinen, um den väterlichen Mähdrescher flott zu machen, noch bevor er sich auf die nächste Uniprüfung vorbereitet. Szenen wie diese gehören zu Julios Alltag. Er hatte schon lange gelernt, den Hohn seiner Brüder zu ertragen. Von klein auf hatte Julio ein enges Verhältnis zu seinem Vater, verbrachte viel Zeit mit ihm und bemühte sich, ihm zur Hand zu gehen. Gelegenheit dafür gab es reichlich. Julios Vater war Landwirt und Rinderzüchter mit weitläufigen Ländereien. Ein lukratives Geschäft, das der Familie ein gutes Leben ermöglichte. Im Laufe der Zeit kam auch Tourismus dazu. Die traumhaft schöne, bergige Umgebung lockte Leute zum Wandern und im Winter zum Skifahren an. Julio liebte den elterlichen Hof und die Arbeit dort. Zugleich zog es den wissbegierigen Jungen auf die Universität. Doch selbst neben dem anspruchsvollen Studium unterstützte Julio seinen Vater im Alltagsgeschäft, wo er nur konnte. Carlos und Andres bevorzugten hingegen ausschweifende Partys und Motorradrennen. Daheim packten sie nur dann mit an, wenn es unbedingt notwendig war. Für ihren jüngsten Bruder hatten sie nur Hemme und Spott übrig. Trotzdem war Julio mit seinem Leben zufrieden, bis es sich auf dramatische Weise veränderte. Betroffen blickt der Notar Julios Eltern an, die ihm gegenüber sitzen. Julios Mutter trägt ein Tuch über ihren kahlen Schädel, ihr Gesicht ist bleich und ausgemäkelt von langen Tagen der Krankheit. Julios Vater hält ihre Hand, während er dem Notar in die Augen sieht. Marias Diagnose hat mir klargemacht, dass wir nicht unbegrenzt Zeit haben. Ich will ein Testament machen, ich muss meine Söhne absichern. Schreiben sie. Hallos vermache ich den Hof, die zugehörigen Felder und die Rinderherde. Die Feder kritzelt über das Papier. Andres bekommt das Berghotel und die angrenzenden Ländereien, fährt der Vater fort. Der Tourismus boomt, er wird ein sicheres Auskommen haben. Und das Haus, in dem wir jetzt wohnen, das bekommt er auch. Maria beugt sich zu ihrem Mann. Und Julio? Mein altes Auto, sagt er sofort. Ich hatte es schon, bevor wir geheiratet haben und es hat mich niemals im Stich gelassen. Genau wie Julio. Außerdem ist der Junge ein begabter Mechaniker. Er wird das Auto zu schätzen wissen. Aber, auch der Notar hält inne. Sie wollen ihm nur ein, ein sehr altes Auto hinterlassen? Sind sie sicher? Liebling, sagt Maria leise. Es ist Julio. Julio. Unser fleißigster und zuverlässigster Sohn. Der Vater lacht und drückt ihre Hand. Ja, bestätigt er. Julio soll das Auto bekommen. Julios Mutter starb schon bald nach dem Termin. Ein Verlust, von dem sich der Vater nicht wieder erholte. Julio unterbracht das Studium, um seinen Vater rund um die Uhr zu pflegen. Doch dessen Zustand verschlechterte sich immer weiter. Gelassen sah der alte Mann seinem Ende entgegen. Er blickte auf ein langes, erfülltes Leben zurück und war bereit, seine geliebte Maria wiederzusehen. Alle drei Söhne waren bei ihm, als er für immer die Augen schloss. Doch während Julio trauerte, überwog bei Carlos und Andres die Vorfreude auf das erwartete Erbe. Schnellstmöglich vereinbarten sie einen Termin zur Testamenteröffnung. Als der Notar schließlich bekannt gab, was Julio bekommen sollte, unterbrachen die beiden ihn mit wieherndem Gelächter. Ausgerechnet Vaters Liebling hatte im wahrsten Sinne des Wortes nur Schrott geerbt. Andres setzt noch einen drauf. Er hatte das elterliche Wohnhaus erhalten und forderte Julio auf, umgehend auszuziehen. Abendkühle umfängt Julio, als er die Tür hinter sich zuschlägt. Dumpf hört er das Jolen seiner Brüder durch das Holz und Schmerz macht ihm die Kehle eng. Es geht ihm nicht um das Erbe, doch er fühlt sich verraten und fallen gelassen. Er kennt das Auto. Seit Julio denken kann, steht es abgedeckt in einem Schuppen, rostig und eingestaubt. Hinter ihm ertönen eilige Schritte. Julio, es ist der Notar, der ihn einholt, ihm eine Hand auf die Schulter legt. Glaub mir, ich war vollkommen ratlos, als deine Eltern das Testament so aufgesetzt haben. Aber wenngleich ich es verstehe, da war kein Hohn in ihren Worten, nur Liebe. Julio schluckt hart und weicht den Blick des Notars aus. Ich packe dann mal meine Sachen, sagte er gepresst. Das Auto brauche ich nicht. Bitte, der Notar sieht ihn eindrücklich an und hält ihm zwei Umschläge hin. Das hier gehört ebenfalls zu deinem Erbe. Das ist mit deinem Vater vereinbart. In diesem Kuvert ist Geld, um das Auto instand zu setzen. Und dies ist ein Brief deines Vaters. Er zögert. Du sollst ihn lesen, wenn du das Auto repariert hast. Julio schaut die Umschläge an, dann den Notar. Das Auto ist eine Rostlaube, doch es hat seinem Vater wohl viel bedeutet. Wie viel Geld ist das? Er erntet ein Lächeln. 50.000 Dollar. Die Summe erschien Julio viel zu hoch. Es war doch nur ein altes Auto. Aber vielleicht war das ein letzter Scherz seines Vaters und das überschüssige Geld Julios wahres Erbe? Das Auto stand schon lange in der Garage, dass er es nicht einmal starten konnte, als er es ins Freie schob. Die Batterie war entladen. Letztendlich musste er es unter den höhnischen Blicken seiner Brüder abschleppen lassen und im Vorgarten des Kleinhauses abstellen, das er sich übergangsweise mietete. Noch war Zeit, pünktlich zum neuen Silvester sein Studium fortzusetzen. Auch dafür hatte Julio das Geld gut gebrauchen können. Doch er wollte den letzten Wunsch seines Vaters erfüllen und ging an die Reparatur. Das erwies sich als unerwartet schwierig. Viele der nötigen Ersatzteile waren überraschend teuer, andere nur schwer auftreibbar. Die 50.000 Dollar schmolzen schneller dahin als erwartet. Obwohl Julio sehr sparsam lebte, die Reparaturen verschlangen einen Löwenanteil. Trotz aller Neugier öffnete Julio den Brief seines Vaters erst, als das Auto endlich so gut wie neu war. Er fand drei gefaltete Blätter darin. Auf den ersten standen nur wenige Zeilen. Mein lieber Sohn, ich bitte dich um zwei Dinge. Nimm das Auto und lass einen Gebrauchtwagenhändler den Preis schätzen. Und lies erst weiter, wenn du das getan hast. Julio war sich sicher, den letzten Wunsch seines Vaters verstanden zu haben. Er solle das Auto verkaufen. Doch ihn erwartete eine bittere Enttäuschung. Der Händler bot lediglich 12.000 Dollar, nicht annähernd so viel, wie Julio in die Reparatur gesteckt hatte. Ratlos faltete er das zweite Blatt auseinander und fand die Adresse eines Aktionshauses in der Hauptstadt. Zum nächsten Termin solle er dort das Auto anbieten. Und erst danach den letzten Briefbogen lesen. Stimmgewehr, das Klingen von Sektgläsern. Einmal mehr blickt sich Julio unsicher um. Ihm ist flau im Magen und er ist erschöpft von der langen Fahrt in die Hauptstadt. Inmitten der elegant gekleideten Menschen fühlt er sich fehl am Platz und obendrein wie ein Hochstapler. Das Auktionshaus ist auf Oldtimer und Luxuswagen spezialisiert. Er fährt zusammen, als seine Nummer aufgerufen wird. Stille kehrt ein. Ruft der Auktionator von seinem Pult, haben wir einen Bugatti 57 Atlantic aus dem Jahr 1939. Sehen Sie sich das nur an. Um Julio herum brandet Murmeln auf und er zieht den Kopf ein. Das Eröffnungsgebot liegt bei 50.000 Dollar, setzt der Auktionator hinzu. Das Murmeln wird lauter. Erste Leute erheben sich und Julio zieht den Kopf ein. Gleich werden sie lachen, laut und höhnisch. Wie es seine Brüder auch immer tun. Hat er ernsthaft geglaubt, dass jemand auf diese alte Kiste bieten wird? Ein Mann hebt die Hand. Eine Million. Julio reißt unglaublich die Augen auf. Hat er sich verhört? Aber nein, es ist seine Startnummer und es ist auch sein Auto. Eine Million Dollar. Der Hammer schwebt über dem Pult. Wer bietet mehr? Zwei Millionen. Eine weitere Hand schießt in die Höhe. Zweieinhalb. Julio starrt fassungslos und muss sich an seiner Stuhllehne festhalten. Nur undeutlich hört er die nächsten aufgeregten Gebote. Zum Ersten, zum Zweiten und der Hammer knallt auf das Pult. Fünf Millionen zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch. Sie besitzen nun eins der seltensten Modelle der Welt und das in ausgezeichnetem Zustand. Applaus brandet auf. Doch Julio hört ihn kaum. Er zieht den Brief seines Vaters hervor und liest endlich die letzten Zeilen. Mein Julio, vergiss niemals diese Lektion. Verzage nicht, wenn du keine Wertschätzung erfährst. Es bedeutet nur, dass du am falschen Ort bist. Bleibe nicht dort, wo du nicht geliebt wirst. Finde den Ort, an dem man deinen Wert erkennt. Und beurteile auch selbst andere nicht nach dem ersten Eindruck, sondern sie genauer hin und lerne, ihr wahres Wesen zu schätzen. Julio hatte weit mehr geerbt als ein Haufen Schrott. Er verließ das Auktionshaus als reicher Mann. Nun mühelos in der Lage, sein Studium fortzusetzen und abzuschließen. Carlos und Andres waren fassungslos, als sie vom Erfolg ihres Bruders erfuhren. Sie selbst hätten das Auto umgehend auf dem nächsten Schrottplatz verfrachtet. Mehrfach versuchten sie, wieder Kontakt zu Julio aufzunehmen. Doch er wusste, dass es ihnen nur um sein Geld ging. Er brach den Kontakt vollständig ab und zog nach dem Abschluss in einen anderen Landesteil. Heute führt Julio erfolgreich eine Firma mit hochmodernen Agrarmaschinen und hat seine eigene Familie voller Liebe und Wertschätzung. Fragt man ihn nach dem Geheimnis seines Erfolgs, lächelt er und tastet nach seiner Brusttasche. Darin trägt er bis heute den letzten Brief seines Vaters. Warst du schon einmal wie Julio an einem Ort, an dem dein Wert nicht erkannt wurde? Wie hast du dich verstanden? Oder hast du etwas ändern müssen? Schreibe uns deine Meinung in die Kommentare. Bis bald!